Drei Wochen musstet ihr jetzt ohne mich klarkommen. Ach, ihr Ärmsten. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ich habe die letzten drei Wochen, hier steht es vor drei Wochen, das Video hochgeladen und vor einem Tag das hier. Also ich habe die letzten drei Wochen nichts hochgeladen und das hat natürlich auch einen Grund und dem werden wir uns in diesem Video widmen. Und ich werde noch mal kurz was zum RPG Maker Event erzählen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es könnte spannend werden für den einen oder anderen. Der Grund, warum ich nichts hochgeladen hatte, war nicht, weil ich faul bin oder keine Lust habe oder was auch immer. Nein, um Gottes Willen, Leute, nein, ich musste ein paar Überstunden auf Arbeit machen und hatte auch eine Sechstagewoche zwischendurch und deswegen ein bisschen weniger Freizeit beziehungsweise deutlich weniger Freizeit. Und diese habe ich dann weitestgehend dann neben meinen häuslichen Verpflichtungen natürlich zur Entspannung genutzt, um mich nicht zu sehr zu stressen. Ich hoffe, ihr könnt das etwas nachvollziehen, dass ich da dann YouTube hinten angestellt habe und dafür dann was anderes gemacht habe, etwas Entspannenderes, zumal ich da auch weniger Freizeit hatte. Dementsprechend, ähm, ja, habe ich davon auch nicht viel gemacht, aber das sei erstmal dahingestellt. Ähm, wollte ich nur mal erwähnt haben, also das ist jetzt nicht irgendwie böswillig oder so, dass ich keine Tutorials hochlade oder ich will auch auf jeden Fall Tutorials hochladen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, nie wieder Tutorials hochlade oder so oder ich da überhaupt drüber nachdenke. Das ist es nicht. Ähm, es werden auf jeden Fall Tutorials kommen. Diese Woche noch, also wir haben jetzt Montag, Montag, den 16. Die Woche irgendwann, spätestens am Sonntag, da habe ich nämlich wieder frei, ähm, spätestens am Sonntag, da würde ich dann ein Tutorial aufnehmen. Entweder den zweiten Part zu dem Brücken-Video oder etwas ganz anderes, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Auf jeden Fall kommt auch auf jeden Fall noch der zweite Part, den hatte ich ja versprochen, für das Brücken-Video. Der kommt auf jeden Fall auch noch, das wird auch noch interessant für den einen oder anderen, denke ich mal. Aber egal, Tutorials kommen auf jeden Fall noch und ja, also da braucht ihr keine Angst haben, da kommt auf jeden Fall noch was. Für RPG Maker MZ und MV, auf jeden Fall. Ähm, gut, 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 damit wir das geklärt haben. Und jetzt kommen wir zum RPG Maker Event. Wenn ihr den Teaser noch nicht gesehen habt, schaut ihn jetzt an, pausiert das Video hier und wechselt in den Teaser. Rechts oben müsste im Infokasten jetzt kurz der Teaser aufploppen. Ähm, und wenn das, also hier so rechts oben irgendwo in dem Video. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, ähm, unten in der Videobeschreibung ist auf jeden Fall der Link zu dem Video und ihr findet es auch in meinem Kanal auf jeden Fall. Unter Uploads oder unter Videos, da findet ihr es auf jeden Fall. Gut, und wenn ihr es gesehen habt, dann könnt ihr jetzt, ähm, weiter zuhören. Ansonsten, wie gesagt, Pause machen und erst das Video gucken. Gut, okay, willkommen zurück an alle. Einen Spaß beiseite. Gut, jetzt mal wirklich. Ähm, ich habe noch einen zweiten Link für euch. Der führt euch direkt zu den Teilnahmebedingungen, zu dem Event, wenn ihr da mitmachen wollt. Und da stehen auch die Preise, die man gewinnen kann und wann Abgabetermin ist, etc. pp. Ich werde diesmal nicht alles komplett vorlesen, wie ich es beim letzten Mal gemacht hatte. Ich werde nur die neun Punkte ansprechen. Erstmal das Projekt soll das Thema Halloween, Weihnachten und oder, oder, Silvester, also beinhalten. Also man kann eins der drei Themen aussuchen oder zwei davon kombinieren oder alle drei kombinieren. Jetzt so ein Horror-Weihnachtsfest mit Feuerwerk oder so, keine Ahnung. Ihr denkt euch sicherlich was Cooles aus. Ähm, oder halt, ähm, alle drei Feste machen, wenn ihr das hinbekommt. Auf jeden Fall soll das Projekt nicht länger als drei Stunden Spielzeit haben. Und damit ist nicht die schnellstmögliche Spielzeit gedacht, sondern die längstmögliche Spielzeit. Also meine Art und Weise zu spielen. Deswegen steht hier auch, peilt zwei Stunden an. Also wenn ihr das Spiel spielt und immer wisst, was ihr da tut, etc. pp. Dann, ähm, zwei Stunden. Und für jemanden wie mich, der dann komplett neu in das Spiel reingeworfen wird und keine Ahnung hat, worum es geht, sich vielleicht alles nochmal genauer durchliest und vielleicht auch ein bisschen auf den Chat eingeht, auf den Live-Chat in meinem Stream. Hier steht jetzt auch nochmal ein Live-Chat, ähm, für den werden es dann drei Stunden sein und für euch sind es dann halt vielleicht nur zwei Stunden. Also peilt vielleicht nur die zwei Stunden an, ähm, als Tipp. Aber das sind auch schon, das ist auch schon extrem viel. Also ihr müsst das auch nicht füllen. Ihr müsst aber mindestens 30 Minuten. Also wenn ihr wirklich nur die 30 Minuten vollkriegt an Spielzeit, ist das vollkommen ausreichend. Und, ähm, dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ihr könnt machen, was ihr wollt im Grunde. Hauptsache das Thema ist, äh, gegeben. Halloween, Weihnachten und oder Silvester. Ähm, ihr könnt also alles machen. Minispiele, ihr könnt machen, einfach ein cooles Fest, äh, eine Cutscene einfach machen. Hier steht jetzt auch Event-Cutscene. Also einfach nur ein kurzes Cutscene, die ich einfach nur durchdrücke, 30 Minuten lang. Das ist alles kein Problem. Oder ihr könnt halt auch ein richtiges RPG-Maker, äh, so richtiges RPG machen, halt so ein richtiges Rollenspielen kurzes. Äh, mit Gegner kämpfen und so. Also ist alles auf jeden Fall möglich. Ihr könnt euch da definitiv austoben und was Interessantes gestalten. Gut, dann, ähm, also zwischen 30 Minuten. Und 3 Stunden Spielzeit. Dann auf jeden Fall, die Preise sind, ähm, einmal 25 Euro, einmal 10 Euro und einmal 5 Euro, die zufällig an alle, ähm, legalen Einsendungen überreicht werden. Also, zufällig. Also wir losen nicht aus, wer ist der Beste oder wer, 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 wer hat das beste Projekt abgegeben. Also wer hat da am meisten Arbeit reingesteckt oder irgendwas. Ähm, das machen wir nicht, weil ich finde es ungerecht gegenüber, wenn da jemand extrem lange RPG-Maker-Erfahrung hat, die letzten 10 Jahre im Grunde mit einem RPG-Maker gearbeitet hat und jemand, der vielleicht jetzt erst neu angefangen hat in diesem Jahr und das ist dann einfach, das Gefälle ist zu groß, dann hätten die Neulinge keine Chance gegen die Veteranen. Und das ist halt etwas unfair. Und deswegen wollen wir das per Zufall machen. Beim letzten Mal hatte ich dann aber noch, ähm, eine kleine Umfrage gemacht. Ähm, eine Abstimmung im Wert von 5 Euro hatte ich dann noch verteilt an das Beste der übrigen Projekte. Das mache ich eventuell auch. Das kommt dann auf die Anzahl der Projekte an, die eingereicht werden. Also das will ich noch nicht versprechen, aber das hier ist auf jeden Fall versprochen. Ähm, die drei Preise sind auf jeden Fall versprochen. Abgabe ist der 8. Januar. Ähm, laut Speedy sind das 8 Wochen statt 4 Wochen. Beim letzten Mal waren es 4 Wochen, also wir haben die Zeit verdoppelt. Ich weiß nicht, ob das wirklich 8 Wochen sind. Habe ich jetzt nicht gezählt, kann ich ja mal machen. Ähm, kann ich ja mal grob zählen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 Wochen. Tatsächlich. Circa 8 Wochen. Habt ihr tatsächlich Zeit. Also wir haben die Zeit verdoppelt, Leute. Also ihr habt mehr als genug Zeit. Ähm, vorher hattet ihr 4 Wochen. Jetzt habt ihr 8 Wochen Zeit. Ähm, das liegt daran, dass manche von dem Event vielleicht erst 2 Wochen oder eine Woche vor Schluss erfahren hatten beim letzten Mal. Und dann hatte ich Nachrichten bekommen von Leuten, die nicht ganz fertig geworden sind. Und das ist dann ein bisschen unschön. Deswegen geben wir diesmal 8 Wochen. Natürlich könnte man theoretisch noch länger und noch länger, aber irgendwann muss ja ein Abgabetermin sein. Dementsprechend. 8 Wochen haut es so hin. Finde ich persönlich am besten. Ähm, gut. Link dazu zu dem ganzen Text. Den könnt ihr euch da, wie gesagt, nochmal alleine durchlesen. Vorlesen werde ich ihn jetzt nicht. Der ist in der Videobeschreibung. Und das war es dann soweit von mir für heute. Und ich sage Tschüssli. Bis zum nächsten Mal. Und, ähm, freut euch schon mal auf die nächsten Tutorials. Tschüssi.